Musik Nicht alle glauben an sie. Manche Menschen denken, sie würde es nicht geben. Diese Menschen sind sich dessen nicht bewusst der ihrer Linie. Doch sie sind unter uns. Jahrhunderte haben sie überdauert. Sie sind Meister der Anpassung. Sie lassen dich glauben. Sie seien nur eine Fiktion. Eine Saga. Doch ihnen gehört die Welt. Und sie sind diejenigen, die die Schmerzen stehen. Sie sind diejenigen, die die Schmerzen stehen. Sie sind die Schmerzen. Die Schmerzen sind die Schmerzen.